Liebe Kinder in Nussbach, der heilige Nikolaus kann heuer leider auch nicht auf den Kirchenplatz kommen. Für euch alle kommt der Nikolaus aber am 6. Dezember, am 2. Adventssonntag wieder über dieses Medium. Wir, der Ausschuss Ehe und Familie, haben auch heuer wieder drei wunderschöne Liebkuchenhäuser für euch. Unter doecese-linz.at findest du die Gewinnfrage. Bitte einfach digital ausfüllen und bis 5. Dezember um 10 Uhr vormittags absenden. Die Gewinner werden hier am Video zum 2. Adventssonntag am 6. Dezember veröffentlicht und von uns kontaktiert. Wir freuen uns auf euch. Die Mitarbeiterinnen von Ehe und Familie der Pfarre Nussbach. Die Mitarbeiterinnen von Ehe und Familie der Pfarre Nussbach.